Und somit willkommen zurück zu Bowser's Fury. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir Bowser zum, also zweimal besiegt und dann beim letzten Mal sogar mit Plessy. Ja, das war ein sehr genialer Kampf, muss ich sagen. Er hat die Krisenglocken allein gesperrt und dann mussten wir mit Plessy hinterher schwimmen, Alter. Und am Ende sahen wir noch, dass wir 69 Insignien haben von 100 und heute machen wir uns auf den Weg und sammeln die restlichen. Da sehe ich schon mal eine. Ne, das ist eine Münze, nur. Papa und ich hatten vor, zusammen einen Spatz in den Tag hier am See zu verbringen, aber dann ist er so riesig und böse geworden. Papa in grün, Alter? Warum das denn? Ich habe auf der Karte mehrere Stellen markiert, wo noch weitere Katzen und Insignien versteckt sein könnten. Lass uns alle finden und Papa zurück verwandeln. Das sind aber eine Menge, muss ich mal sagen. Hämmer, hör mal, Mario. Weil du mir hilfst, will ich dasselbe für dich tun. Wenn du eine andere Insel besuchen möchtest, zeig einfach auf der Karte darauf und drück K. Ich kann uns dann durch Wapen direkt durch Film bringen. Oh, das ist doch genial. Danke. Probieren wir mal direkt aus. Wir waren nämlich... Wir gehen ja hier einmal... Hier hin. Ja, wir haben ja beim letzten Mal auch schon abgeschlossen. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen, irgendwie. Genau, hier ist... ... jetzt ein Weg, der sich eröffnet hat. ... dann Insta-Regel... ... ich bin bezвет. ... Jede, dassistry... ... da 백feuer... ... auf.. ... daon vorkommt, Fortschalki... ...ması 모습… ... Sie bereiden uns einfach mal und wir auchskin auch viel schaffen heute... ... ... da unten ist aber bin ich gerade so blöd hier alter kann man rein aber da ist nur item verlust moment moment einmal darunter vielleicht zwei folgen wenn wir brauchen mal schauen er kommt höre oder da da oben ich würde sagen mal nach oben ja 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 geh weg ok das ist schon die fünfte münze ok im wort vielleicht aber wir gehen mal ganz nach oben ein paar minzen ernsthaft hätten wir einfach rüber springen müssen aber das ist ganz schön sehr zu einfach so so ok hier ist eine Katze die wir brauchen ja schön ist aber erst die vierte von fünf wo ist jetzt wo kann es wieder die fünfte sein so zurück wieder so da fehlen jetzt hier noch zwei münzen auf berg feuer da unten muss rosa kurz machen aber wo ist die erste münze hier ist schon die zweite ich kann sie hier nicht ah da unten war was genau so da ist sie ja da ist sie ja passt jetzt schon die machen wir hier auch So, dann einmal noch Obie. Aha. Oh, jetzt sind es ja so 3er aus hier, Alter. MEIN! Der war dumm. Na ja, dann gehts ja eigentlich zweimal. Boah. Aber, die Katze. Was? Jetzt noch die vierte Münze suchen. Na ja, ganz ruhig. Hallo, du scheiß Ding, ey. Ja, du auch. Geh weg. Nein! Nein! Oh Gott. Feuer gegen Feuer. Und, da hab ich was gesehen. Wer soll der Rebs da, ne? Kommen Sie mal das nächste Mal, oder wie? Nein! Was? Wurde, Mann? Das Ding rollt echt da hoch. Genial. Das Ding rollt echt da hoch. Genial. Als ich eben noch gesagt hab. Und, da war was. Ah, die vierte Münze fehlt noch Oh, einmal nach oben hier Könnte da was sein, kann man Außer ein paar Bügel Nix mehr Puh, ich hätte auch eine Katze hier sein können Ach nee, komm, brauche ich mich Hier ist auch noch was Und ich will dann die goldene rüber Cool Aber wo könnte man jetzt hier ein bisschen runter Hier Ja, wo könnte die Münze sein? Ach, ich bin drüber gesprungen Da war, glaube ich, die Nix oder fünf Hier sitzt gar keiner Das ist jetzt so eine blöde Frage Ich spinne einfach mal in die Lava Zwar extra so jetzt Nämlich jetzt ist auch die nächste Aufgabe, oder? In die Zeit, toll König In die Lava Ach so ist es was Aha Okay, schnell rüber Zack, das macht zwei Eintrachter Und so jetzt müsste nur noch hier Bauter die Blöcke zerstören Den Hasen haben wir doch schon, oder? Ne, der leuchtet noch Setz dich jetzt Als Kötze verwandeln Schön Du entkommst mir nicht Wenn ich wüsste wo du lang bist, dann könntest du direkt schon die Tür lenken Ach komm, noch ein Stück Nicht da links lang laufen, auch im Ernst Einen sind wir ja am Anfang Ja, danke Aha, das hatten wir noch nicht Den Hasen im Öldland, okay Das hat das zerstören lassen Aber Bauter will nicht erscheinen, muss das wohl nicht Wir müssen jetzt hier wieder hoch, irgendwo Sobald Bauter erscheinen sollte, müssen wir jetzt schnell hier hinreisen, wir können ja jetzt warten, man Das ist die Schmusekatze, oh mein Gott, wir haben noch viel zu viel hier Ja, die Wutblöcke einmal, dann sind wir hier noch Schmusekatzensee 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 Oh, was ist da noch? Wohle, bist du jetzt hin? Doch, hier, aber nach hinten lang, okay Ich geh mir neben dem Platz Ich geh mir neben dem Platz Ich geh mir nach hinten Ich geh mit dem Platz Ich geh mal wieder hin Schmusekatzensee Wenn ich mich noch nicht Ah, er erscheint jetzt. Nein. Eigentlich wollte ich schnell da hochgehen und gucken, was da ist. Aha. Was neu ist? Fünf Insignien sind da. Ah, interessant. Nein. Ist doch dumm. Mal, wo war ich jetzt die Blöcke noch mal? Ich muss doch die wenigstens auch markieren, ne? Andere Seite. Äh. Nein. Kannst du bitte nicht hier hin? Okay, hat er verstört. Das ist doch. Aber trotzdem müssen wir jetzt einmal da oben. Keine Eisensmörder. Das war eine Zeit, den ja gelöst von mir. Das ist aber nicht. Das macht mir das so dumm. Ich möchte gerne einmal wieder ganz nach oben. Anscheinend ist da noch was. Ich habe ja heute ja noch nicht mal so viel geschafft, wie er erwartet. Aber ich möchte gerne da hin. Oder da. Das heißt, wir müssen da oben. Da ist kein anderer Weg gibt, außer diesen hier. Müssen wir jetzt so weit rumlaufen. Oh, nicht schon. Oh, nicht schon. Okay, wir sehen uns dort oben. So. Geil, lass dich retten, meine Güte. Dann geht's weiter nach oben, ne? Yes, yes! Was ist da blöd, Alter? Unglaublich, heute. So, wieder hier auch angekommen. Ist auch Bosa schon wieder erschienen. Aber ich lass mich nicht aufhalten von ihm. Und schon ist er weg. Hatte wohl keinen Erfolg. Nein. Okay, erstmal nach oben. Da ist was! Ah! Cap- Ne, Torc ist das nicht. Torc-Trupp. Feurige Flucht. Ja, genau. Das gehört zu Cap-N-Tops Mannschaft. So. Hier hat jetzt wieder was? Alles wegen nur einer Insigniere, Alter. So, wo müsste man hin? Das Ding bewegt sich? Das bewegt sich. Okay. Was ist das jetzt? Ich muss jetzt genau da sein irgendwo. Zwischen den Dinger. Aber ich erkenne da leider nichts. Nein! Geh raus! Und das will ich noch wissen, was das ist, oder? Was da herumfliegt? Oder im Wasser vielleicht? Oder wir gehen einmal hier rein. Hm. Fliegt da um irgendwo was? Ach, da hat die Insel. Eine fliegende Insel. Boah, geh weg, Alter. Wollt. Wollt mir dieses hier noch und dann... Ah, das hat ich schon, ne? Ach so, das haben wir schon. Okay. Dann werden wir... Kann man da hinreifen? Ne. Geh aber runter Wie auch immer, wo es weitergehen könnte Dann ist mal eingetrobt 1. Katzeninsignal Äh, ja, ok Aha, ok Das war jetzt sehr interessant Übernichtmal müssen wir noch die E-Walt immer 1, 2, 3, 4 noch holen Die restlichen 4 Naja, dann bedanke ich mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt Dann sage ich nochmal, ich bin aber Bastille Bleibt fit und schickt und Ciao